Hallo! Bitte beeilen Sie sich! Der Kinofilm Fakir Goethe fängt gleich an und Sie wollen ja schließlich rechtzeitig im Kino sein. Wieviel müssen wir noch? Naja, wir haben jetzt noch 15 Straßen hier in Prenzlauer Berg, dann wollten wir noch Mitte machen. Kreuzberg, Zahn, Wilmersdorf, Charlottenburg haben wir gestern gemacht. Zählendorf, Wedding, Steglitz. Lieber Elias, lieber Bora, ihr seht, wir sind voll im Einsatz, damit Fakir Goethe der erfolgreichste Film der Weltgeschichte hat. Okay, tschüss! Weg da von der Tür!